Mit der Zeit begannen Swamijis Anhänger mehr Rücksicht auf ihren spirituellen Meister zu nehmen und ihn gegen unerwünschte Leute abzuschirmen. Eine dieser unerwünschten Personen war Rabbit, der wahrscheinlich schmutzigste Hippie von High Ashbury. Rabbits Haar war stets zerzaust, ungewaschen und sogar voller Läuse. Seine Kleidung war zerlummt und dreckig und sein mit einer Schmutzkruste überzogener Körper stank. Er wollte mit dem Swami sprechen, aber die Gottgeweihten ließen ihn nicht vor, da sie Swamijis Zimmer nicht mit Rabbits widerlicher stinkender Anwesenheit entwürdigen wollten. Doch eines Abends, nach der Vorlesung, wartete Rabbit draußen vor der Tempeltür. Als Swamiji an ihm vorbeiging, fragte Rabbit, Darf ich hochkommen und mit dir sprechen? Swamiji war einverstanden. Fast jeden Abend kam irgendein Gast, um Swamiji zu einer Debatte herauszufordern. Ein Stammgast, der sich auf die allabendlichen Diskussionen vorbereitete, kam stets mit einem Philosophiebuch bewaffnet, aus dem er laut Argumente vorlas. Swamiji widerlegte seine Argumente, worauf der Mann wieder nach Hause ging, sich vorbereitete und dann erneut mit seinem Buch in den Tempel kam. Eines Abends, nachdem der Mann gerade seine Herausforderung vorgetragen hatte, gab ihm Swamiji keine Antwort mehr, sondern schaute ihn einfach nur an. Von Swamiji ignoriert zu werden, stellte für den Mann eine weitere Niederlage dar. Er stand auf und ging. Ein anderes stattbekanntes High-Ashbury-Original war Israel. Er hatte die Haare zu einem langen Pferdeschwanz zusammengebunden und während des Kirtan spielt er oft Trompete. Nach einem Abendvortrag von Swamiji fragte Israel herausfordernd, »Dieses Chanten mag ja gut sein, aber was hat die Welt davon? Inwiefern wird die Menschheit davon profitieren?« Swamijis Antwort war, »Bist du nicht auch ein Teil der Welt?« »Wenn es dir gefällt, warum soll es dann nicht auch anderen gefallen?« Also chante laut. Ein Mann mit Schnurrbart, der am hinteren Ende des Raumes stand, fragte, ob Swamiji Allen Ginsbergs Guru sei. Viele Gottgeweihte wussten, dass dies eine heikle Frage war und dass es schwierig sein würde, entweder mit Ja oder Nein zu antworten. Swamiji erwiderte, »Ich bin niemandes Guru.« »Ich bin jedermanns Diener.« Durch Swamijis Antwort bekam der Wortwechsel für die Gottgeweihten einen transzendentalen Charakter. Swamiji hatte nicht einfach nur schlagfertig geantwortet, sondern er hatte aus einer tiefen, natürlichen Demut herausgesprochen. Eines Morgens wohnte ein Pärchen dem Vortrag bei. Die junge Frau trug ein Kind auf dem Arm und der Mann hatte einen Rucksack umgeschnallt. Als es an der Zeit war, Fragen zu stellen, wollte der Mann wissen, was denn mit seinem Verstand los sei. Swamiji gab ihm philosophische Antworten, aber der Mann fragte immer wieder, »Was ist mit meinem Verstand los?« »Was ist mit meinem Verstand los?« Mit einem flehentlichen, mitleidvollen Blick bat ihn Swamiji, »Ich habe keine andere Medizin.« Bitte chante diesen Hare Krishna Mantra. »Ich habe keine andere Erklärung.« »Ich habe keine andere Antwort.« Aber der Mann sprach weiter von seinem Verstand. Schließlich fiel ihm eine Gottgeweihte ins Wort und sagte, »Tu einfach, was er sagt.« »Versuch's einfach.« Und Swamiji griff zu seinen Karatels und begann einen Kirtan. Eines Abends platzte während des Vortrages ein Junge herein. Er schrie, dass auf der High Street gleich ein Aufruhr losbrechen würde. Der Swami solle sofort kommen, eine Ansprache halten und den Mob beruhigen. Mukunda erklärte, dazu sei die Gegenwart des Swami nicht erforderlich. Das könnten auch andere erledigen. Der Junge starrte Swamiji an, als wolle er ihm drohen. Wenn er nicht auf der Stelle käme, würden Krawalle entstehen, und Swamiji wäre an ihnen schuld. Swamiji sprach, als werde er tun, was der Junge von ihm wollte. »Ja, ich bin bereit.« Aber niemand ging hin. Und es gab auch keine Krawalle. Während des Kirtan versuchte normalerweise mindestens eine Person, sich durch narzisstisches Tanzen ins Rampenlicht zu rücken. Hin und wieder waren die Bewegungen der betreffenden Personen so obszön, dass Swamiji den Tänzer aufforderte, aufzuhören. Eines Abends während des Kirtan im Tempel, Swamiji war noch nicht aus seiner Wohnung heruntergekommen, begann ein Mädchen im Minirock, wilde Verrenkungen zu machen. Als einer der Gottgeweihten nach oben ging und Swamiji verständigte, meinte dieser, »Das ist in Ordnung. Sie soll ruhig ihre Energie für Krishna gebrauchen. Ich werde dann bald kommen und selbst nach dem Rechten sehen.« Als Swamiji kam und einen weiteren Kirtan anstimmte, begann das Spindeldürr-Mädchen wieder, sich zu winden und zu verrenken. Swamiji öffnete die Augen und sah sie. Sein Blick verfinsterte sich, und er bedeutete einigen Schülern mit den Augen, dass ihm dies missfiel. Eine der Frauen nahm das Mädchen zur Seite und eskortierte es hinaus. Ein paar Minuten später kam das Mädchen in weiten Hosen zurück und tanzte etwas zurückhaltender. Swamiji predigte von seinem Sitz aus vor einem vollen Haus, als plötzlich ein dickes Mädchen von einem Fensterplatz aufsprang und ihn anbrüllte. »Wieso sitzt du da wie angegossen? Was wirst du jetzt tun? Komm schon! Willst du nicht etwas sagen? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Wer bist du überhaupt?« Diese Attacke kam völlig unerwartet und in dermaßem schrillem Ton, dass keiner im Tempel eine Antwort gab. Swamiji wurde nicht zornig. Er saß ganz ruhig da. Er schien verletzt zu sein. Nur die Gottgeweihten, die direkt neben ihm saßen, hörten ihn leise sagen, als spreche er zu sich selbst. Das ist tiefste Finsternis. An einem anderen Abend kam während des Vortrags ein Junge zu Swamiji nach vorne und setzte sich neben ihn aufs Podest. Der Junge blickte die Zuhörerschaft an und unterbrach Swamiji. »Ich möchte jetzt etwas sagen.« Swamiji sagte höflich, »Warte, bis der Vortrag zu Ende ist. Dann kannst du Fragen stellen.« Der Junge blieb ein paar Minuten lang auf dem Podest sitzen, während Swamiji weitersprach. Aber dann unterbrach ihn der Junge erneut. »Ich habe etwas zu sagen. Ich möchte jetzt sagen, was ich zu sagen habe.« Die Gottgeweihten in der Zuhörerschaft blickten erstaunt auf. Sie dachten, dass Swamiji die Sache schon regeln würde und eine Störung vermeiden wollte. Keiner von ihnen unternahm etwas. Sie saßen einfach nur da, während der Junge unzusammenhängend daherzureden begann. Dann griff Swamiji zu seinen Karatels. »Also gut, machen wir einen Kirtan.« Der Junge saß den gesamten Kirtan hindurch an derselben Stelle, wobei er Swamiji mit irrem, manchmal bedrohlichem Blick anstarrte. Nach einer halben Stunde war der Kirtan vorbei. Swamiji schnitt wie immer einen Apfel in kleine Stücke, dann legte er das Messer und ein Stück Apfel in seine rechte Hand und streckte sie dem Jungen entgegen. Der Junge blickte auf Swamiji, dann hinunter auf den Apfel und das Messer. Es wurde still im Raum. Swamiji saß regungslos da, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Nach einem langen, gespannten Augenblick griff der Junge in Swamijs offene Hand und ein Seufzer der Erleichterung kam aus der Zuhörerschaft, als er das Apfelstück wählte. Haridas, ich beobachtete immer, wie Swamiji mit den Leuten umging, was nicht einfach war. Für mich war das ein echter Prüfstein seiner Kräfte und seines Verständnisses, wie er diese Leute behandelte, ohne sie zu verärgern, vor den Kopf zu stoßen oder sie noch weiter zu reizen. Er polte ihre Energie um, sodass sie, ehe sie sich versahen, schon wieder ruhig waren, genau wie ein Baby, das aufhört zu weinen, wenn man es streichelt. Swamiji tat dies mit seinen Worten, mit dem Tonfall seiner Stimme oder indem er sie eine Zeit lang geduldig weitermachen ließ, damit sie ihren Gedanken zu Ende führen und ihn sogar ausleben konnten. Ich glaube, er erkannte, dass die Devotees nicht einfach sagen konnten, Hör mal, wenn du in den Tempel kommst, kannst du dich nicht so benehmen. Es war eine heikle Angelegenheit. Oft sagte jemand, ich bin Gott. Sie schilderten ihre Halluzinationen und Drogenvisionen. Sie versuchten, im Mittelpunkt zu stehen. Sie wollten, dass man ihnen zuhört und man konnte ihren Zorn auf den Swamiji förmlich spüren. Manchmal sprachen sie eine Zeit lang intellektuell und poetisch, doch dann ging ihnen die Luft aus und sie redeten nur noch dummes Zeug. Und der Swamiji war nicht ein Mensch, der diese Leute einfach nur beschwichtigte. Er dachte nicht daran, ihnen Honig um den Bart zu schmieren. Er sagte, was soll das heißen? Wenn du Gott bist, musst du allwissend sein. Du musst die Eigenschaften Gottes haben. Bist du allwissend und allmächtig? Dann zählte er die Merkmale auf, die man besitzen müsste, um ein Avatar von Gott zu sein. Er bewies mit Logik und Vernunft, dass der Betreffende im Unrecht war. Er verfügte über höheres Wissen und argumentierte, Wenn du Gott bist, dann musst du alles machen können. Hast du diese Macht? Manchmal fassten die Leute das als Herausforderung auf und versuchten, den Swamiji im Wortgefecht zu schlagen. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer wandte sich dann der störenden Person zu, der Person, die sich ins Rampenlicht zu stellen versuchte. Diese Debatten waren manchmal extrem verzwickt. Ich saß dann da und fragte mich, Wie wird er bloß mit diesem Burschen fertig werden? Der ist wirklich eine harte Nuss. Doch Swamiji war nicht so leicht unterzukriegen. Selbst wenn es ihm nicht gelang, die betreffende Person zu überzeugen, überzeugte er die anderen Anwesenden, worauf die Stimmung im Raum umschlug und die Person in der Regel Ruhe gab. Swamiji gewann die Zuhörer für sich, indem er ihnen zeigte, dass dieser Mensch gar nicht wusste, wovon er sprach. Der wiederum spürte, dass die Schwingungen im Raum umschlugen, dass ihm die anderen nicht mehr zuhörten oder seiner Geschichte keinen Glauben mehr schenkten und so hielt er lieber den Mund. Swamiji bewältigte die Situation also nicht dadurch, dass er die betreffende Person abkanzelte, sondern indem er das Publikum auf seine Seite brachte. Er tat dies, ohne die Person herunterzumachen. Er tat es mit höherer Intelligenz, aber auch mit viel Mitleid. Wenn ich ihn in solchen Situationen beobachtete, wurde mir klar, dass er ein großer Lehrer und eine große Persönlichkeit war. Er besaß das Feingefühl, die Menschen weder physisch noch emotional zu verletzen, sodass sie, wenn sie sich setzten und schwiegen, dies nicht gedemütigt oder zornig taten. Sie fühlten sich nicht gekränkt. Der Swamiji war einfach cleverer gewesen als sie. Wir werden um halb sieben einen Spaziergang machen, sagte Swamiji eines Morgens. Fahrt mich dann bitte zum Park. Mehrere Gottgeweihte begleiteten ihn zum Stow Lake, einem See im Golden Gate Park. Sie kannten den Park ziemlich gut und führten Swamiji auf einem malerischen Spazierweg um den See herum, über eine Brücke, waldumsäumten Pfaden entlang und über ein kleines Bächlein, in der Hoffnung, ihn so mit der Schönheit der Natur zu erfreuen. Alles, was Swamiji sah, sah er aus der Perspektive der Schriften, und seine Bemerkungen über die alltäglichsten Dinge waren voll von transzendentalen Lehren. Während er dahin spazierte, dachte er laut, diejenigen, die Gott schauen wollen, müssen erst die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen gereinigt werden. Ein Beispiel. Zur Zeit ist die Sonne von einer Wolke verdeckt, und jemand könnte behaupten, die Sonne sei jetzt nicht am Himmel. Aber die Sonne ist da. Nur unsere Sicht ist versperrt. Wie Reiseführer zeigten die Gottgeweihten dem Swami die schönsten Stellen. Sie trafen auf Schwäne, die majestätisch über den See glitten. Das Srimad Bhagavatam, sagte Swamiji, vergleicht die Gottgeweihten mit Schwänen und die Schriften über Shri Krishna mit wunderschönen, klaren Seen. Die Nicht-Gottgeweihten, sagte er, seien die Krähen, die sich zum Abfall weltlicher Themen hingezogen fühlen. Als sie auf einem Kiesweg dahin gingen, blieb er stehen und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den Kies. Seht euch die Kieselsteine an. So viele Kieselsteine wie hier auf dem Weg liegen, so viele Lebewesen gibt es. Die Gottgeweihten hatten ihre Freude daran, Swamiji in ein Tal zu führen, in dem riesige, mit weißen und rosa Blüten übersäte Rhododendronbüsche wuchsen. Und sie empfanden es als ein Privileg, durch Swamijis Augen hindurch Krishna sehen zu können. Als Swamiji am nächsten Morgen wieder in den Park wollte, begleiteten ihn noch mehr Gottgeweihte. Sie hatten von den anderen gehört, wie Swamiji auf dem Spaziergang in einer ganz anderen Stimmung gewesen war. Die Gottgeweihten wollten ihn wieder auf neuen Pfaden um den See führen, doch ohne eine Änderung seiner Pläne anzukündigen, ging Swamiji den Schotterweg neben dem See auf und ab. Unter einem großen Baum blieb er plötzlich stehen und deutete auf ein paar Häuflein Vogelkot auf dem Boden. »Was bedeutet das?« fragte er und wandte sich einem Neuen zu, der neben ihm stand. Swamijis Gesicht war ernst. Der Junge errötete. »Ich, äh, ich weiß nicht, was das bedeutet.« Swamiji blieb nachdenklich und wartete auf eine Erklärung. Die Devotees scharrten sich um ihn. Der Junge starrte mit forschendem Blick auf den Vogelkot hinunter, denn er dachte, Swamiji erwarte vielleicht, dass er irgendeine verborgene Bedeutung aus dem Muster der Kotflecken herauslesen würde, ähnlich wie die Leute, die aus Teeblättern die Zukunft lesen. Er dachte, er müsse jetzt etwas sagen. »Das sind, äh, die Exkremente, die Absonderungen von, äh, Vögeln.« Swamiji lächelte und bat die anderen um eine Antwort. Alle schwiegen. »Es bedeutet,« sagt der Swamiji, »dass diese Vögel länger als zwei Wochen in dem gleichen Baum gewohnt haben.« Er lachte. »Sogar die Vögel hängen an ihrem Heim.« Als sie an den Spielbrettanlagen vorbeikamen, wo die alten Männer Dame spielten, hielt Swamiji an und wandte sich an die Gottgeweihten. »Seht nur, die alten Menschen in diesem Land wissen nichts mit sich anzufangen. Deshalb spielen sie wie kleine Kinder und verschwenden ihre letzten Lebenstage, die dazu bestimmt sind, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Ihre Kinder sind erwachsen und gehen ihre eigenen Wege, daher ist dies eine natürliche Zeit, sich spirituellen Dingen zu widmen. Aber nein, sie legen sich eine Katze oder einen Hund zu und statt Gott zu dienen, dienen sie dem Hund. Das ist äußerst bedauernswert. Aber sie werden nicht auf uns hören, denn sie sind in ihren Ansichten festgefahren. Deshalb reden wir mit der Jugend, die auf der Suche ist. Als Swamiji und die Devotees an einem grünen Hang vorbeikamen, wiesen die Jungen darauf hin, dass das der berühmte Hippie Hill sei. Am frühen Morgen waren der sanft ansteigende Hügel und die große Wiese, die von Eukalyptusbäumen und Eichen gesäumt wurde, noch still und ruhig. Doch in wenigen Stunden würden sich hier Hunderte von Hippies versammeln, um sich ins Gras zu legen, Freunde zu treffen und Hai zu werden. Swamiji riet den Jungen hierher zu kommen und Kirtans zu veranstalten. Das Chanten erfreute sich großer Beliebtheit und es lockte viel mehr Leute an als bei den ersten Kirtans im Tompkins Square Park in New York. Manchmal kam Swamiji persönlich in den Park und gesellte sich zu seinen Schülern. An einem Sonntag tauchte er unvermittelt auf und zur freudigen Überraschung der Gottgeweihten setzte er sich, ergriff die Medanga und begann mit lauter Stimme vorzusingen. Swamiji stand im Mittelpunkt des Geschehens. Schon allein aufgrund seines Alters und seiner Kleidung war er die Hauptattraktion. Während die anderen Parkbesucher größtenteils junge Leute in Jeans oder in verschiedenen anderen Hippietrachten waren, war Swamiji 71 und trug ein auffallendes Safran-Gewand. Die Art und Weise, wie die Gottgeweihten ihn mit Jubel begrüßten und sich vor ihm verbeugt hatten und ihn jetzt so liebevoll anschauten, erweckte in den Zuschauern ein Gefühl der Neugier und des Respekts. Sobald er Platz genommen hatte, versammelten sich in seiner Nähe ein paar kleine Kinder. Er hatte sie angelächelt und das flinke Spiel seiner Finger auf der Medanga hatte sie beeindruckt und in seinen Bann gezogen. nach Swamijis Ankunft strahlte der Kirtan eine Erhabenheit und Autorität aus, die zuvor gefehlt hatte. Jetzt waren wir nicht mehr nur ein Haufen junger Leute in San Francisco, die Hare Krishna chanteten. Nun hatte das, was wir machten, einen historischen Hintergrund und einen tieferen Sinn. Swamijis Anwesenheit verlieh dem Kirtan Authentizität und verkörperte die alte geschichtliche Tradition des Chentens. Swamiji vertrat die gesamte Schülernachfolge. Nach einer Stunde intensiven Chentens unterbrach der Swamiji den Kirtan und wandte sich an die Menge. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diese Klangschwingung ist transzendental und weil sie transzendental ist, spricht sie jeden an, selbst wenn er die Sprache des Klanges nicht versteht. Das ist das Schöne daran. Selbst Kinder nehmen am Chenten teil. Nachdem Swamiji fünf Minuten lang gesprochen hatte, setzte er den Kirtan fort. Ein paar junge Leute reichten sich die Hände und bildeten einen Kreis und tanzten vor Swami einen Reigen. Dann umringten sie ihn und tanzten Hand in Hand um ihn herum. Swamiji, der das Geschehen auf der Wiese beobachtete, hatte offensichtlich große Freude daran, die jungen Leute um sich herum tanzen und chanten zu sehen. Der Enthusiasmus dieser Hippies war zwar oft ungestüm und sinnlicher Natur, doch das Chenten von Hare Krishna verlieh dem Tanz eine erquickende Lieblichkeit. Für Swamiji war die Hauptsache, dass das Chenten immer weiter ging. Gekleidet in ein Safran-Gewand, das im Licht der schwindenden Nachmittagssonne leicht seine Farbe zu verändern schien, schaute er dem Treiben mit gütigen, eher väterlichen Augen zu. Er ließ sie gewähren, ohne irgendwelchen Zwang auszuüben, und lud sie einfach alle ein, Hare Krishna zu chanten. Eines Tages kam Malati in Swamijis Wohnung geeilt, zog einen kleinen Gegenstand aus ihrer Einkaufstasche und stellte ihn zur Begutachtung vor Swamiji auf den Schreibtisch. Was ist das, Swamiji? Bhaktivedanta Swami blickte auf eine etwa acht Zentimeter große Holzfigur mit einem flachen Kopf, einem schwarzen, lächelnden Gesicht und großen, runden Augen. Die Figur hatte kurze, nach vorne gestreckte Arme und einen einfachen grün-gelben Rumpf. Füße waren keine zu sehen. Sobald Swamiji die kleine Figur erblickte, faltete er die Hände und neigte zum Zeichen des Respekts sein Haupt. Du hast Jagannath gebracht, den Herrn des Universums, sagte er lächelnd und mit leuchtenden Augen. Das ist Krishna. Vielen Dank. Swamiji strahlte vor Freude, während Malati und ein paar andere erstaunt waren, über ihr Glück, Swamiji so erfreut zu sehen. Swamiji erklärte, das sei Jagannath, eine Bildgestalt Krishnas, die seit tausenden von Jahren in ganz Indien verehrt werde. Jagannath, so sagte er, werde zusammen mit zwei anderen Bildgestalten verehrt, seinem Bruder Balaram und seiner Schwester Supatra. Aufgeregt bestätigte Malati, dass es im Coast Plus, dem Importladen, wo sie den kleinen Jagannath gefunden hatten, noch weitere ähnliche Figuren gäbe. Worauf Swamiji anordnete, sie solle noch einmal in den Laden gehen und sie kaufen. Malati berichtete ihrem Mann, Shamasundar, was vorgefallen war, und zusammen eilten sie zurück und kauften die beiden anderen dazugehörigen Figuren. Paktivedanta Swami stellte Jagannath mit dem lächelnden schwarzen Gesicht auf die rechte Seite. In die Mitte stellte er die kleinste Figur, Supatra, die einen roten lächelnden Mund und einen rechteckigen gelbschwarzen Rumpf hatte. Die dritte Figur, Balaram, streckte wie Jagannath die Arme nach vorne und hatte einen blau-gelben Rumpf, auf dem ein weißer, runder Kopf mit rot umrandeten Augen und einem roten, fröhlichen Lachen saß. Swamiji stellte ihn neben Supatra. Während Swamiji die drei Figuren, Jagannath, Balaram und Supatra, die zusammen auf seinem Tisch standen, betrachtete, fragte er, ob jemand schnitzen könne. Shermasunda sagte, er sei Holzbauer, worauf Swamiji ihn bat, etwa einen Meter hohe Nachbildungen von den kleinen Originalen anzufertigen. Vor mehr als 2000 Jahren, erzählte ihnen Paktivedanta Swami, habe ein König namens Indra Dhyumna gelebt, der ein Geweihter Shri Krishnas war. Maharaj Indra Dhyumna wünschte sich eine Statue des Herrn, die daran erinnern sollte, wie der Herr zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwester während einer Sonnenfinsternis eine Kutschfahrt zu dem heiligen Schlachtfeld von Kurukshetra unternommen hatte. Vishwakarma, ein berühmter Künstler von den himmlischen Planeten, erklärte sich auf die Bitte des Königs hinbereitet, die Figuren zu schnitzen, aber nur unter der Bedingung, dass ihn niemand bei der Arbeit unterbrach. Vishwakarma machte sich hinter verschlossenen Türen ans Werk, während der König draußen wartete. Er wartete lange Zeit. Doch eines Tages konnte er seine Ungeduld nicht mehr zähmen und verschaffte sich Einlass, um zu sehen, wie weit die Arbeit vorangeschritten war. Vishwakarma verschwand darauf, getreu der Abmachung, und die drei Bildgestalten blieben unvollendet zurück. Nichtsdestoweniger war der König derart erfreut über die drei wunderbaren Bildgestalten Krishnas, Balarams und Supadras, dass er beschloss, sie so zu verehren, wie sie waren. Er baute einen Tempel für sie und begann sie mit großem Prunk zu verehren. Seit jener Zeit, fuhr Bhaktivedanta Swami fort, werde Jagannath in ganz Indien verehrt, insbesondere in der Provinz Orissa, in deren Hauptstadt Puri ein gewaltiger Jagannath-Tempel steht. Jedes Jahr kommen zu Ehren Jagannaths, Balarams und Supadras, Millionen von Pilgern aus ganz Indien zum großen Radhajatra-Fest nach Puri, wo die drei Geschwister auf drei riesigen Wagen in einer Prozession umhergefahren werden. Sri Chaitanya, der die letzten 18 Jahre seines Lebens in Jagannath-Puri verbrachte, pflegte während des alljährlichen Radhajatra-Festes in Ekstase vor der Bildgestalt Sri Jagannaths zu tanzen und zu chanten. Swamiji betrachtete das Erscheinen Shri Jagannaths in San Francisco als den Willen Krishnas. Und so sagte er, sie sollten sich Mühe geben, Jagannath angemessen zu empfangen und zu verehren. Wenn Shamasunda die Bildgestalten schnitzte, sagte Swamiji, werde er persönlich die Weihe vollziehen, und dann könnten die Gottgeweihten sie verehren. Er schlug vor, San Francisco in New Jagannath Puri umzubenennen. Hierauf chantete er Jagannathaswami Nayannapattagami Bhavatume und erklärte dazu, das ist ein Mantra für Sri Jagannath. Jagannath bedeutet Herr des Universums. O Herr des Universums, bitte sei uns so gütig und zeige dich mir. Es ist sehr glückverheißend, dass er beschlossen hat, hier zu erscheinen. Shamasunda kaufte drei große Blöcke Hartholz, worauf Swamiji eine Skizze anfertigte und auf verschiedene Details hinwies. Anhand der kleinen Statuen errechnete Shamasunda die Maße der zu schnitzenden Vergrößerungen und machte sich auf dem Balkon seiner Wohnung ans Werk. In der Zwischenzeit kauften die Gottgeweihten im Kostplass den Restbestand der winzigen Jagannaths auf und es wurde Mode, einen kleinen Jagannath am Band um den Hals zu tragen. Da Shri Jagannath sehr großzügig und barmherzig zu den am tiefsten Gesunkenen sei, so erklärte Swamiji, würden die Gottgeweihten bald die Gelegenheit bekommen, ihn in ihrem Tempel zu verehren. Die Verehrung der Bildgestalten Radas und Krishnas erfordere ein höheres Maß an Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sorgfalt, als die Gottgeweihten zur Zeit aufbringen könnten. Doch Jagannath sei so gnädig, dass er auf sehr einfache Weise verehrt werden könne, vor allem durch das Chanten von Hare Krishna. Selbst wenn die Gottgeweihten nicht besonders fortgeschritten seien, wenn sie sich dann im spirituellen Leben weiterentwickelten, würde ihnen Swamiji allmählich die feineren Details der Bildgestaltenverehrung sowie das notwendige theologische Verständnis vermitteln. Am Abend der Weihe war der Raum brechend voll mit Gottgeweihten und Hippie-Gästen. Swamiji war anwesend und die Stimmung war ehrfürchtig und feierlich. Es war ein besonderes Ereignis. Die eben erst fertiggestellten Bildgestalten wurden von Scheinwerfern angestrahlt und jeder betrachtete sie, während sie unter einem gelben Baldachin auf ihrem Redwood-Podest thronten. Die Bildgestalten trugen weder Kleider noch Schmuck, aber sie waren frisch bemalt, in leuchtendem Schwarz, Rot, Weiß, Grün, Gelb und Blau, und sie lächelten. Swamiji blickte zu ihrem hohen Altar empor, die Augen auf die Bildgestalten gerichtet. Dann eröffnete Swamiji die Weihe Zeremonie. Alle Elemente, die für spirituelles Leben nötig sind, waren da. Der Tempel, die Gottgeweihten, die Bücher, die Bildgestalten und Prasaram. Er wollte, dass die jungen Leute diese Gelegenheiten nutzten. Warum sollten sie weiter wie Tiere leben und spirituelles Leben für ein blindes Herumtappen auf der Suche nach einem unbestimmten Etwas halten? Sie sollten Krishnas Barmherzigkeit nutzen, um erfolgreich und glücklich zu werden. Mit diesem Ziel vor Augen diente Swamiji ihnen unermüdlich. Swamiji, Hayagriva, komm hierher. Swamiji hatte die Gottgeweihten eine große, auf einem Teller stehende Kerze besorgen lassen, die er für eine sehr einfache Zeremonie vorgesehen hatte. Die Gottgeweihten und die Gäste sollten einer nach dem anderen vortreten und die brennende Kerze mit kreisförmigen Bewegungen den Jagannath-Bildgestalten darbringen. Die Kerze soll angezündet werden, sagte Swamiji. Und wenn der Kirtan anfängt, sollt ihr euch einer nach dem anderen so vor die Bildgestalten stellen. Swamiji demonstrierte, wie man die Kerzenflamme vor den Bildgestalten kreisen lassen sollte. Siehst du? Hayagriva, Ja, alles klar. Swamiji? Ja, während des Kirtan. Und wenn jemand nicht mehr kann, soll er das Licht an einen anderen Gottgeweihten weitergeben. Der soll es dann dem nächsten weiterreichen. Und das soll so lange weitergehen, bis der Kirtan vorüber ist. Wenn der Kirtan jetzt anfängt, sollt ihr gleich damit beginnen. Verstehst du? Genau, du fängst an und wenn es dir zu anstrengend wird, gibst du das Licht einem anderen. So gebt ihr es dann immer weiter. Während Hayagriva mit der brennenden Kerze vor die Bildgestalten trat, dirigierte ihn der Swami von seinem Sitz aus. Einige der Mädchen kicherten voller nervöser Erwartung. Vor die Bildgestalten, sagte Swamiji. Gut, und jetzt fangt mit dem Kirtan an. Swamiji begann Karatels zu spielen und sang zu der populären Melodie, die er in Amerika eingeführt hatte, den Hare Krishna Mantra. Direkt davor rief er und gab Hayagriva ein Zeichen, sich unmittelbar vor die Bildgestalten zu stellen. Die Gottgeweihten und die Gäste erhoben sich und begannen mit hochgestreckten Armen zu tanzen. Ihre Körper schwangen rhythmisch hin und her, während sie die strahlenden Bildgestalten anschauten und sangen. Am Baldachin blitzten farbige Lämpchen abwechselnd blau, rot und gelb auf und erleuchteten so die ungewöhnlichen Augen, schrie Jagannats, Subadras und Balarams. Mukunda, der die Lichter angebracht hatte, lächelte und sah zu Swamiji hinüber, in der Hoffnung, einen Wink der Anerkennung zu bekommen. Swamiji nickte und fuhr fort, mit kräftiger Stimme Hare Krishna zu singen. Die jungen Hippies sangen und tanzten voller Begeisterung und sie wussten, dass der Kirtan gewöhnlich eine Stunde dauerte. Einige hatten die Worte des Swamis begriffen, als er davon gesprochen hatte, die Gedanken auf die persönliche Gestalt des Herrn zu richten. Sie hatten verstanden, als er zu den Bildgestalten emporblickte und sagte, hier ist Krishna. Andere wiederum hatten nichts verstanden, aber sie fanden das Ganze einfach fantastisch und es machte ihnen Spaß, Hare Krishna zu singen und die lächelnden Bildgestalten zu betrachten, die mit großen Augen vom Altar herunter blickten, inmitten von Blumen und brennenden Räucherstäbchen. Bhaktivedanta Swami beobachtete mit Freude, wie einer nach dem anderen die Kerze übernahm und Sijjaganath opferte. Das war ein einfaches Ritual. zur Weihe der Bildgestalten. In den großen Tempeln Indiens bestand die Bildgestalten Weihe aus komplizierten, genau vorgeschriebenen Riten, die sich über mehrere Tage hinzogen und die Mitwirkung hochbezahlter Priester erforderten. Doch in San Francisco gab es weder Brahmana Priester, die man hätte anstellen können, noch hätten die vielen anderen Anforderungen erfüllt werden können. Die kastenbewussten Brahmanas in Indien hätten es als Frevel angesehen, dass Shri Jagannath von Nicht-Hindus berührt und verehrt wurde. In Jagannath Puri hätte man keinem der Anwesenden außer Swamiji auch nur erlaubt, den Tempel zu betreten. Dem weißen Mann aus dem Westen war es nicht gestattet, Jagannath zu sehen, außer einmal im Jahr, wenn er während des Radhajatra-Umzuges auf seinem Wagen fährt. Doch diese Beschränkungen stützten sich auf gesellschaftliche Bräuche und nicht auf die Aussagen der Schriften. Shri Labhaktis Siddhanta Sarasvati hatte eingeführt, dass jedermann, ganz gleich welcher Kaste, Rasse oder Nationalität, die Bildgestalt verehren und die Einweihung empfangen konnte. Und Bhaktivino Thakur, Shri Labhaktis Siddhanta Sarasvatis Vater, hatte den Tag herbeigesehnt, an dem die Menschen des Westens und ihre indischen Brüder Seite an Seite Hare Krishna chenten würden. Bhaktividanta Swami war in den Westen gekommen, um die Wünsche seines spirituellen Meisters und Bhaktivinotakus zu erfüllen und ihren Traum von westlichen Vaishnavas wahrzumachen. Wenn die Bewohner der westlichen Welt nun wirklich gottgeweihte werden sollten, musste man sie mit der Verehrung der Bildgestalten vertraut machen, andernfalls würde es sehr schwierig für sie sein, gereinigt zu werden. Bhaktividanta Swami glaubte an die Anweisungen seines spirituellen Meisters und an die Schriften. Er vertraute darauf, dass Sri Jagannath den Gefallenen besonders barmherzig ist. Er betete, dass der Herr des Universums sich durch den Empfang in New Jagannath Puri nicht beleidigt fühlte. Als der Kirtan endete, bat Swamiji Haridas, ihm die Kerze zu bringen. Swamiji hielt seine Hände über die Flamme und berührte dann mit ihnen seine Stirn. Ja, sagte er, führe das allen so vor, jedem Einzelnen, und was immer sie geben können, sollen sie geben. So nimm jetzt die Flamme und zeige es jedem. Er wies Haridas an, jedem im Raum die Kerze hinzuhalten, so dass alle Anwesenden ihre Hände an die Flamme halten und sie dann zur Stirn führen konnten, wie er es ihnen vorgemacht hatte. Als Haridas von einem zum anderen ging, warfen einige Gottgeweihte ein paar Münzen auf den Teller und andere folgten ihrem Beispiel. Darauf erklärte Swamiji, das Bhagavatam empfiehlt hören, chanten, sich erinnern und verehren. Mit der Zeremonie, die wir soeben zur Feier von Jagannath Swamis Ankunft begangen haben, der sogenannten Arati, ist dieser Tempel jetzt fest etabliert. Von jetzt an wird am Ende des Kirtan eine solche Arati stattfinden. Der Vorgang der Verehrung besteht darin, die Wärme des Lichts aufzunehmen und je nach Vermögen etwas zur Verehrung beizusteuern. Wenn ihr diesem einfachen Vorgang folgt, werdet ihr sehen, wie sich euer Verständnis von der absoluten Wahrheit vertieft. Und noch eine andere Bitte. Alle Gottgeweihten sollten, wenn sie in den Tempel kommen, eine Frucht und eine Blume mitbringen. Je mehr Früchte und Blumen ihr bringen könnt, desto eine Frucht und eine Blume mitzubringen. Und diese opfert ihr den Bildgestalten. Ich bitte euch also, eine Gabe mitzubringen, wenn ihr in den Tempel kommt. Es spielt keine Rolle, was für eine Frucht ihr bringt. Sie braucht nicht besonders teuer zu sein. Bringt einfach die Frucht, die ihr euch leisten könnt. Eine Frucht und eine Blume. Er hielt inne und blickte in die Runde. So, und jetzt könnt ihr das Prasadam verteilen. Die Gäste setzten sich in mehreren Reihen auf den Boden und die Gottgeweihten machten sich daran, das Prasadam auszuteilen, wobei sie Swamiji den ersten Teller anboten. Es handelte sich um die Gerichte, deren Zubereitung Swamiji den Gottgeweihten persönlich in seiner Küche beigebracht hatte. Samosas, Halawa, Puris, Reis, diverse Gemüsegerichte, Obst, Chutney und verschiedene Süßigkeiten. Alles Sonntagsspezialitäten. Die Gäste ließen sich das Prasadam schmecken und jeder aß so viel er konnte. Während die Gottgeweihten immer mehr Prasadam austeilten, vor allem die Frauen, die sich besonders gut darauf verstanden, machten es sich die Gäste bequem und genossen einen Abend mit bestem Essen und angeregter Unterhaltung. Nachdem Swamiji alle Gerichte probiert hatte, schaute er mit erhobenen Augenbrauen auf. Ausgezeichnet Alle Ehre den Köchen. Shri Jagannats Anwesenheit verschönerte schnell den Tempelraum. Die Gottgeweihten machten täglich Blumengelanden für ihn. Jaduranis Gemälde von Shri Vishnu waren aus New York eingetroffen und Govinda Darcy hatte ein großes Porträt von Swamiji gemalt, das nun neben seinem Sitz hing. Die Gottgeweihten hängten auch indische Drucke von Krishna an den Wänden auf. Die Lampen, die Jagannath beleuchteten, schienen seine Augen zu pulsieren und seine Farben hin und her tanzen zu lassen. Und er wurde in der psychodelischen Szene von Aufgrund von Swamijis Bitte begannen Gottgeweihte wie auch Gäste, Opfergaben für Jagannaths Altar zu bringen. Hippies kamen vorbei und brachten alle nur erdenklichen Dinge mit, einen Weizenhalm, einen halben Leib Brot, eine Packung Salzstangen, eine Zuckerwaffel oder auch Kerzen, Blumen oder Früchte. Einige Hippies, die gehört hatten, dass man alles, was für den eigenen Gebrauch bestimmt ist, zuerst Gott weihen sollte, brachten ihre neue Kleidung, um sie mit einem Gebet Shri Jagannath darzubringen, bevor sie sie trugen. Diese Hippies befolgten Jagannaths Anweisungen nicht, aber sie wollten seine Segnungen. Jeden Abend zelebrierten die Gottgeweihten die Arati Zeremonie, genau wie es ihnen Swamiji beigebracht hatte. Eine Kerze machte die Runde und einer nach dem anderen brachte sie Shri Jagannath dar. Als die Zeremonie noch in irgendeiner Form erweitern könnten, sagte Swamiji, sie könnten auch Räucherstäbchen opfern. Es gäbe noch viele andere Details, die eingeführt werden könnten, und zwar genug, um sie 24 Stunden am Tag auf Trab zu halten, doch wenn er ihnen alles auf einmal sagte, würden sie in Ohnmacht fallen. Einmal bemerkte Swamiji bei einem Gespräch, dass er mit einem Schüler unter vier Augen in seinem Zimmer führte, dass er während des Kirtan im Tempel daran gedacht habe, wie Shri Chaitanya vor Jagannath tanzte. Er erzählte, wie Shri Chaitanya nach Puri reiste und vor dem Herrn tanzte und dabei von solcher Ekstase übermannt wurde, dass er nur noch Jag Jag hervorzubringen vermochte. Shri Chaitanya dachte, Krishna schon so lange sehne ich mich danach dich zu sehen Als Shri Chaitanya in Puri lebte, kamen manchmal bis zu 500 Menschen auf einmal, um ihn zu sehen und jeden Abend wurde ein gewaltiger Kirtan veranstaltet, der aus vier Gruppen mit jeweils vier Medanga Spielern und acht Kardelspielern bestand. Eine Gruppe auf dieser Seite, eine Gruppe auf der anderen, erklärte Swamiji. Eine Gruppe hinten und eine Gruppe vorne und Chaitanya Mahaprabhu in der Mitte. Alle chanteten Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Solange er in Jagannath Puri lebte, ging das jeden Abend zu. Die Gottgeweihten begriffen, dass zwischen ihnen und Swamiji ein großer Unterschied bestand. Er war nie ein Hippie gewesen. Er lebte in einer anderen Welt, nicht in der Welt der Illusionen von High Ashbery, der Welt des LSD, psychedelischer Poster, Rockmusiker, des Hippie-Jargon und der Gammler. Sie wussten, dass er anders war, obgleich sie es manchmal vergaßen. Er verbrachte täglich so viel Zeit mit ihnen, er aß mit ihnen, scherzte mit ihnen und verließ sich auf sie. Doch manchmal wurde ihnen wieder klar, was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit er war. Wenn sie mit ihm im Tempel vor Jagannath chanteten, dachte er an Shri Chaitanya's Kirtan vor Jagannath in Puri, während sie ganz andere Dinge im Kopf hatten. Wann immer Shri Chaitanya Jagannath sah, sah er Krishna und seine Liebe war dermaßen überwältigend, dass er beinahe den Verstand verlor. Swamichis Gedanken bewegten sich auf einer Ebene, die weit über den Horizont seiner Schüler hinausging. Und doch blieb er als ihr inniger Freund und spiritueller Lehrer bei ihnen. Er war ihr Diener und lehrte sie, wie er selbst, darum zu beten, Krishna dienen zu können. O Herr des Universums, bitte sei so gütig und zeige dich mir. Swamichi hatte sein Obergewand lose um die Schultern gehängt, als er noch einen letzten Augenblick vor der geöffneten Wagentür stehen blieb und sich zum Abschied zu den Gottgeweihten und dem Ladentempel umdrehte. Das war nun kein gewöhnlicher Laden mehr, sondern er war zu etwas Wertvollem geworden. New Jagannath Puri Srila Bhakti Sedanta Sarasvati hatte ihn gebeten, hierher zu kommen. Wer von seinen Gottbrüdern hätte sich vorstellen können, wie verrückt diese amerikanischen Hippies waren, die im Drogenrausch halluzinierten und aus voller Kehle riefen, ich bin Gott. So viele dieser Mädchen und Jungen waren unglücklich oder verrückt, trotz ihres Wohlstandes und ihrer Bildung. Doch jetzt fanden einige durch Krishna Bewusstsein zu wahrem Glück. Am Tag seiner Ankunft hatten die Reporter ihn gefragt, weshalb er nach Hai Eshpuri gekommen sei. Wegen der niedrigen Miete hatte er erwidert. Er hatte den Wunsch, die Bewegung Shri Chetanias zu verbreiten. Warum sonst wäre er wohl in dieses kleine, desolate Ladenlokal gekommen, um zwischen einer chinesischen Wäscherei und Dickers Laden zu wohnen? Die Reporter hatten gefragt, ob er die Hippies und Bohemians dazu einlade, Krishna bewusst zu werden. Ja, hatte er gesagt, jeden. Aber er hatte gewusst, dass seine Anhänger, hätten sie sich spirituellen Meisters befolgt, würden sie gereinigt werden. Swamiji stieg, begleitet von einigen seiner Schüler, in den Wagen und ein Gottgeweihter fuhr ihn zum Flughafen. Mehrere Autos voller Gottgeweihter folgten ihnen. Am Flughafen weinten die Devotees, aber Swamiji versicherte ihnen, dass er zurückkehren würde, wenn sie ein Radayatra-Fest veranstalteten. Ihr müsst eine Prozession durch die Hauptstraße organisieren, sagte er, versucht euer Bestes. Wir müssen die Aufmerksamkeit vieler Leute auf uns lenken. In Jagannathpuri findet jedes Jahr eine solche Prozession statt, und zu diesem Anlass darf die Bildgestalt den Tempel verlassen. Er wusste, dass er zurückkommen müsste, um die zarten Keime der Hingabe, die er in ihre Herzen gepflanzt hatte, zu pflegen. Wie könnte er sonst erwarten, dass diese spirituellen Neulinge in dem Ozean materieller Wünsche namens High Ashbury überleben würden? Er versprach wiederholt zurückzukommen. Er bat sie, zusammenzuarbeiten. Erst vor zweieinhalb Monaten war er hier an diesem Flughafen eingetroffen, begrüßt von einer Schar singender junger Leute. Viele waren jetzt seine Schüler, obgleich sie sich ihrer spirituellen Identität und ihrer spirituellen Gelübde noch kaum bewusst waren. Und dennoch verließ er sie ohne Gewissensbisse. Er wusste, dass einige von ihnen vielleicht wieder zu Fall kämen, doch er konnte nicht ständig bei ihnen bleiben. Seine Zeit war begrenzt. Bhaktivedanta Swami, der Vater zweier Häuflein von spirituellen Anfängern, verließ voller Zuneigung die eine Gruppe und reiste nach Osten, wo ihn die zweite Gruppe in einer völlig anderen, freudigen Stimmung zur Begrüßung erwartete.